Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zum Minecraft. Gut, dass da eine Dorfbewohner tot ist, das wissen wir ja. Wollten wir mal kurz durchschicken, aber nicht inzwischen, wo ich mich eben eingelockt hab. War schon wieder Nacht. Nee, aber wie es aussieht, sind die Onner noch da? Da muss ich mir unbedingt was einfallen lassen. Obwohl ich hier im Claim die Monster ausgemacht hab, kommen sie halt von den Nachbarklaims hier ständig reingerannt. Aber ju, das kann ich nicht ändern im Moment. Den werde ich jetzt mal ganz kurz schnell... Portchen fertig machen, dann brauchen wir gleich noch ein paar... Und auch Treppen brauchen wir noch ein paar, aber nicht mehr so viele. So, dann mal gucken. Das soll hier schon ein bisschen im Zweierabstand bleiben, das ist klar. Wie mach ich denn das hier ein bisschen? Hier lass ich mal so ein Dreier, hier genau so. Weiß nicht, vielleicht wo hier so ein bisschen. Ja, dann mal wieder ein Stückchen gerade. So. So ein bisschen so gehen und dann hier so schräg rüber. Genau. Das ist ja eh noch nicht ganz fertig. Wie kann man denn wieder so... Das ist ja so ein bisschen... Genau. Dass es da auf die gleiche Höhe kommt. Würde ich sagen. Das muss ich halt Stück für Stück machen. Ich glaub, hier werden auch noch ein paar Bäume weichen müssen. Bin hier ja dezent im Weg. Weil ich will hier jetzt auch in erster Linie erstmal den Strand fertig machen. Und hier nicht die ganze Zeit Erde klatschen. Nur das, was hier halt schon mal fertig ist. Denn dann entsteht hier auch gleich wieder ein bisschen Baufläche. Was hier auch so gedacht war. So. Äh, da hab ich eh viel zu viel dabei. Also kann hier gleich ein bisschen was weg. So, die hatte ich auch nur hingestellt wegen der Dunkelheit. Die kommt eh weg. Die kommt später natürlich an der Promenade. Noch so richtig schön beleuchtet und so. Ja, das ist klar. Nein. Du kriegst die Schaufel nicht rüber. So, die Tür nochmal. Dann hier die Pissrille nochmal zu. Dann ist es hier auch schon fast. So. Zack. Genau. Ja, das kleine Loch hier noch. Den geht's erstmal weiter mit dem Strand. Sehr schön. Ja, ist hier gleich ein bisschen Baufläche. Aber wenn hier denn so die Promenade vorbeigeht, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Den erstmal glatten Steine jetzt. Die haben wir nicht mehr so viele. Da oben ist ein Stack. Aber vielleicht reicht es. Das war die Schaufel. Oh, man. Guck mal. Meine ist aber noch nicht heilig genug. Ich bau mir nochmal schnell zwei Eisenschaufeln. Eisen haben wir hier zum Glück mehr als genug. Sehr schön. Dann geht's hier weiter. Da kommt hier auch schon wieder neue. So, jetzt muss ich nochmal gut in den Glück gehen. Hier soll es erstmal so gerade weitergehen. Ja. Und der eine Baum wird hier wohl weichen müssen. Eines noch dem anderen. Ja, der wird weichen müssen. Sonst wird es hier zu eng. Erstmal die Platten hin. Zack. Sehr schön. Und der Stron selber ist ja auch noch nicht fertig. Da muss ja auch noch ein bisschen was hin. Zack. Jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen, ja. Und hier werde ich dann wahrscheinlich wieder so rüberziehen müssen. Der Baum muss weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Der steht hier eiskalt im Weg. Denn wenn wir ihn jetzt auch eiskalt entfernen. So, das ist ja nicht unser Wald da hinten, wo die Holzfällerhütte steht. Daher. Hey, hier sind eh viel zu viele Schwarzreichenfäller auf der Map. Abgesehen davon. Ist da noch irgendwas drin? Nee. Sehr schön. Der hier kommt weg. Der hier wird mit ziemlicher Sicherheit auch wecken müssen. Sonst wird das nichts mit der Keimmauer. So. Wo es die manchmal werden. Da oben geht es auch noch weiter. Okay. So. Das nochmal weg. Haben wir es hier aber auch vielleicht nicht mehr so extrem viele Monster. Ich meine in der Nacht schon, aber tagsüber vielleicht nicht. Gefühl, ich sponne auch manchmal am Tag ein bisschen. Wie groß das hier ist. So, warte mal. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ede. So. Brumme ich doch ja nicht an. Du hin, dahin. So. Alles weg hier. Oh, die Kohl. Nieder mit den Wäldern. Sowas braucht keiner. So. Ähm. Bergenbaum stört aber auch so ein bisschen. Aber eins hat immer dann. Sehr schön, sehr schön. Jetzt drücken wir es wieder mit raus. Ja, weil wenn hier noch so ein bisschen Klebe mit hin soll. Ach komm. Nimm wir ihn mit weg. Der ist ja nicht groß. So. Dann kann das hier schon mal fürs Winden. Wunderbar. Den muss ich jetzt mal gut gehen. Wohl. Ich muss ja hier. Eins, zwei, drei. Der wird hier wahrscheinlich extrem eng. Ja. Mal gucken. Erst mal die Platten hin. So. Zack, zack, zack. Na. Da sind noch welche. Sehr schön. Hier, hier, hier. Na, das dachte ich mir. Das wird hier doch schon sehr beengt. So. Jetzt hier wird noch einer hin müssen. So. Hier wird noch einer hin müssen. Damit es hier nicht so beengt ist. Ja. Dass da eh noch weiter geht, mache ich hier einfach das kurze Stück vier. Wunderbar. Hier geht das denn. Hier würde dann rein theoretisch später wieder Klippe so weitergehen. Zack, 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 zack. Also ich mache hier erstmal so eine Begrenzung hin. Ja, so wird es denn gehen, ne? Also geht, ob mir das ja auch reichlich eng vorkommt. Wäre das nicht besser, wenn ich den von dauernd da setze und hier noch so eine Dingspops reinmache. So. Ja, wäre besser, ne? Gott ist bisse. Gut. Denn hier einmal wurde. Hier müssen dann auch erstmal die rein. So, und hier wird es ja wieder so beengt. Also der müsste definitiv ein weiter. So, und mit hier. Ja, da muss man jetzt echt so gucken, Stück für Stück. Damit es einigermaßen ordentlich aussieht. So, hier würde dann so die Klippe weitergehen. Und ich glaube, da ist es gleich schon wieder zu beengt, oder? Ne, geht aber. Cool, hier ist es ein bisschen eng. Dachte ich mir, den setze ich noch da. Und dann kommt hier einfach noch so einer rein. Und post das. Yo. Und hier wird es natürlich sehr, sehr eng. Ich habe mal ein bisschen Guck hin. So, die Trämen gehen noch bis da. Gut, dann setze ich hier erstmal die Dinger rein. So, da einmal hin. Und hier. Das muss ich mal gucken. Das ist leicht beengt hier. Zack, 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 zack. Doren, doren, doren. Yo. Aber wenn es, der müsste hier, das wäre hier viel zu eng. Was soll ich, hier müsste auf jeden Fall einer mit drin? Zack. Hier denn aber auch. Der müsste dann auch noch da. Sieht es hier schon besser aus, ne? Eher. Kann man ja gerne so lassen. Aber hier denn. Hier ist es ja wieder viel zu eng. Der hier muss auf jeden Fall auch einen weiter nach hinten. Ja. Einmal noch reichlich eng hier. Der müsste auch weiter nach hinten. Wenn ich hier denn so reinsetze. Zack, zack. Sieht es hier schon besser aus. Haben wir aber hier immer noch das Problem. Der muss auch weiter nach hinten. Zack. Da heute noch einer rein. Hier denn sowieso. Gucken. Ey, jo. Das geht schon so einigermaßen. Dann müsste das hier quasi dann so weitergehen. Ja, dann ist es hier wieder zu eng. Alles klar. So, so jetzt der müsste da hin. Hier müsste auf jeden Fall eine Platte rein. Uh. Gibt hier zwar ein bisschen schmaler, als es hier vorne ist. Aber das macht ja nichts. Das ist ja nur so eine Kante hier. Bloß, ich befürchte, wenn ich das jetzt so mache. Wird es zu eng, ne? Zumindest die eine Ecke hier. Der müsste nach hinten. So. Sehr schön. Dann würde man... Ja, so geht das. Und dann kann man hier nachher wieder so einen Dreier-Takt weitermachen. Genau. So, das würde hier denn quasi so weitergehen. Da füllen ja noch die Treppen. So. Ja. Ja, so kann es jetzt weitergehen. Da vorne ist ja eh gleich Strandende. Den hätten wir doch schon fast. So, dann leg ich mich jetzt mal ganz schnell schlafen. Damit hier gar nicht erst wieder irgendein Gesocks auftaucht. Das muss nicht sein. Schauten durch. So, ab ins Bett. Was sagen? Warum wollt ihr mich nicht schlafen lassen? Schlimm hier. Dankeschön. So. Und das ist auch ganz gut, dass ich wohl mir da weggefällt habe. Das hätte sonst nicht hingehauen. Dann muss das hier natürlich... Naja, das muss sowieso angepostet. Also daher. So, einmal hier drin. Das kann ja schon mal alles wieder zu. Terraforming ist leider immer wieder überall. Das gehört halt zum Minecraft dazu. Das lässt sich gar nicht verhindern. So. Erbe, ist hier genug Erde dabei. Vor allem weil auch immer wieder Erde. Habe ich das hier mal. Weiß ich Ihnen nicht. Ich ziehe das jetzt hier erstmal so. Schräg ein bisschen rüber. Sonst nimmt das ja nie ein Ende. So. Genau. Und das wird hier eh noch weitergehen müssen. Aber eins nach dem anderen. Denn erstmal das hier drin. Damit es gut aussieht, muss man halt die Landschaft ein bisschen umsetzen. Zack, 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 zack. Hier nochmal lang. So. Sehr schön. So, drin. Das locken wir natürlich auch zu. Wunderbar. Muss ja eh noch eine Höhe später. Also daher. Aber mir geht es jetzt in erster Linie erstmal darum, den Strand fertig zu machen. So. Dann mache ich mir mal ein gutes Treppen. Ähm. Guck mal. So viel Erde ist es gar nicht mehr. So. Clean Stones habe ich noch nicht. Eher. Ich glaube, so viele Treppen brauche ich gar nicht mehr. Mache ich aber trotzdem. Brauche ich bestimmt später noch für was anderes. Sehr schön. 40 Stück sind wahrscheinlich viel zu viel. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Denn das hier erstmal weiter. Hier muss natürlich noch eine hin. Zack. Den müsste ich auch nicht rein. Und hier hopp ich schon. Ein zu viel. Den müsste weg. Und dann rotatieren mich schon nicht mehr hin. Ne. Deswegen sollte man lieber vorher die Treppen. So. Aber das ist hier auch noch zu small. So. Die Beine müssen platten werden. Ne. Ne. Und zau daten wir net hin. Gut. Haben wir gleich. Kann man ja alles. zu Glück noch berichtigen. So. So. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Genau. Hier geht's dann so gerade weiter. Aber jetzt mache ich erstmal die Treppe. Sonst komme ich wieder durch. Ne. Hier muss mir noch eine hin. Zack. Hier den. Genau wie ich ohne rein muss. Ich glaube da eine Baum wird da gleich weichen müssen. Sieht mir schon ganz danach aus. Ja. Definitiv. Sonst passt die Promenade da ja nicht hin. So. Das muss jetzt erstmal sein. So. Und hier soll es jetzt zu Ende gehen. Mal gucken wie ich es hier am besten mache. So. Ups. Hier muss auf jeden Fall noch rein. Hier soll der Strand definitiv ausgehen. auslaufen. Mal gucken wie ich das am besten mache. Ich meine. Vielleicht hier ein so. Und hier ein so drin. Das wahrscheinlich nicht funktioniert. Sollte eigentlich um die Ecke gehen. Aber. Macht er so nicht wie er soll. Okay. Ey. Wollen die mich jetzt wieder ärgern oder was? Die sind doch sonst nicht ganz jetzt heute. Echt. Jetzt wollen sie mich ärgern. Jetzt wollen sie mich ärgern. Ich jetzt. Was ist mit den Treppen auf einmal los? Nein. Ich weiß nicht warum. Aber das ging die ganze Zeit jetzt plötzlich nicht mehr. Liegt das an dem da oder was? Ich weiß es nicht. So. Jetzt. Okay. Ähm. Ich glaube ich lasse es denn so zu Ende laufen. Weil das soll jetzt gar nicht gehen. Ein paar Dinger kommen denn noch hier. Sand und den. Forst hat. Äh. Moin. Ach. Deswegen das kunstige Ruckel. Okay. Den müssen hier halt einfach nur plodden hin. Da muss man gucken. Der Baum muss aber. Alter ist das ein dicker Baum. Und der muss auf jeden Fall weg. Der kann hier nicht stehen bleiben. War schon halb im Boden eingebaut. Der kann hier definitiv nicht stehen bleiben. So. Ähm. Zack, zack, zack. Ja gut. Hier ist nämlich natürlich auch das Holz. Was ist das mit dem Baum? Oder? Ah. Den Baum hier. Ja. Jo. Ich gucke den nämlich einfach mit weg. Ich will hier später auch schon gerne den Weg an der Promenade vorbei haben. Und da stören die Bäume sowieso. Also. Tja. Wir können zumindest behaupten. Wir haben für längere Zeit kein Schwarz-Eichen-Holz-Problem. Was ist heute, wenn man direkt neben einem Wald baut? So. Der weg. Der weg. Der passt halt hier. Hoffe ich mal, dass die Blätter hier verschwinden werden. Schwer zu sorgen. Weil ich halt nicht weiß, ob da noch was drinne hängt. Wenn man das hier kommt zu. Wo die Sorgen kümmere ich mich erstmal um die Platten. Naja. Ich habe nur noch sechs Stück. Die würden dann rein theoretisch. Zack, zack, zack. Hier erstmal hinkommen. So. Aber das Ganze müsste hier. Damit es hier nicht wieder zu beengt wird. Hier nachher so weiter gehen. Ich muss Platten holen. Ich habe glaube ich aber noch welche im Ofen. Ich glaube das wird aber ganz hübsch. Da vorne ist ja jetzt eh gleich Ende. Das kann hier natürlich so auch nicht bleiben. Das muss hier ne. Selbstverständlich nachher. So ein bisschen weiter gehen. So zack, zack, zack. Vielleicht hier nochmal so rüber. Hier nochmal so rüber. Ein bisschen. Das soll jetzt nicht eine kleine Steilkleppe werden. Aber ein bisschen höher gehen schon. So. Denn da. Ja. Hier. Ja, so weiter gehen. Ja. Da steht noch so ein bisschen was an Bäumchen. Was weg müssen. Hm. Da ist wirklich schon wieder mehr Terraforming. Als ich anfangs dachte. Ehrlich gesagt. Lässt sich ja nicht verhindern. Muss sein, muss sein. Aber ich denke mal. Das geht euch auch so. Wenn ihr irgendwelche. Irgendwas ganz Bestimmtes bauen wollt. Und die Landschaft spielt nicht mit. Dann müsst ihr halt genauso. Entweder hinklatschen. Oder wegreißen. Aber eins von beiden. Muss man halt immer machen. Versucht es halt auch immer einigermaßen. So zu bauen. Dass sich das gut in die Landschaft einfügt. Dass ich nicht hier irgendwelche riesen Steilwände stehen habe. Oder so. Das sieht doch furchtbar aus. So. So kann das zumindest schon mal altgrünen hier. Bisschen Erde habe ich ja noch. Geht hier aber auch gut weg die Erde. So, 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 so. Das reiche jetzt erstmal. Aber. So sieht das auch nicht ganz gut aus. So passt das hier auch. Rücksicht das auch gut in die Landschaft ein. Ich meine ich habe den Wald ein bisschen gestutzt. Aber das kann man ja nicht ändern. Dann gucke ich jetzt erstmal nach den Platten. Damit wir hier weiterkommen. Die Reppen habe ich mehr als genug. Da sind auch noch welche über. Aber. Die Plotten, die brauche ich. Die auf jeden Fall. Okay. So. Und ich will mal was gucken. Wo kommen denn die verdammten Monster hin? Boah, ist mir schon wieder eine. Ach, hier ist Wildnis. Sieh mal eine an. Sieh mal eine an. Das ändern wir jetzt mal ganz kurz. So. Wo fängt denn die Wildnis an? Hier, ne? Und ist Sorgen. Hier ist noch mein Claim. Aber hier on. Hier der erste. Und den. Machen wir daraus mal eben schnell einen Claim. Damit hier nicht mehr so extrem die Monstern spawnen. Ich würde mal sagen. Biest da vorne zur Ecke. Den ist erstmal hier safe. Den Claim kann man über den die Monstern ausschalten. Machen. So. Ja, ähm. Gut. Aber hat funktioniert. So. Rückstrich. RP. Claim. Water. See you. Wie nenne ich denn das Ganze hier? New Monstress. Alles klar. Kriegen wir hin. Gut. Schreiben wir es eben zusammen. So. Sehr schön. New Monstress. Und hier denn jetzt auch einmal kurz. RP. Flag. Monsters hier aus. Sieht aus. Sehr schön. Dort heu ist hier. Es spawnt eigentlich. Gut. Was da ist. Bleibt natürlich da. Aber hier dürfte nichts Neues mehr spawnen im Wald. Hoffe ich mal. Das Problem ist. Alter. Gerade sagen. Wo war denn jetzt Moins? Bin hier im Gebiet jetzt sowieso später was spawnen. Also daher. Hier dürfte definitiv nichts Neues mehr spawnen. Es sind für euch meine Bewohner sicher. So. Ich hoffe es. So. Aber hier müsst ihr euch jetzt declaimen. New Monstress anfangen. Ajo. Gut. Da hat sogar schon Enderman was geklaut. Oh. Zu laufen gehen kann ich jetzt nicht. Dort ist gerade etwas doof. Abby. Das bin ich. Wo kommst du denn her? Ah. Hier vorne kann spawnen. Ja. Im Hof der Entspannung kann es da spawnen. Das stimmt. Ah ja gut. Die werden von hierher wohl nicht zu den Dorfbewohnern rennen. Wollen wir hoffen. Ne. Gut. Den gucke ich jetzt trotzdem mal nach dem Plotten. Wir müssen eigentlich noch ein paar fertig sein. Hauptsache die Bewohner da hinten sind erstmal sicher. So. Den guckern wir mal. Hier sind noch ein paar. Sehr schön. Ich. Ich. Bin ja schon wieder komplett voll. Ich muss mich mal kurz entleeren. Wort von Chaos hier schon wieder. Di. 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 So. Äh. Monster Zeugs. Das war hier. Hier. Spin Zeugs. Da. Da. Dort. Da nimmt alles Platz weg. Genau wie die. Der kommt ja erstmal rein. Der kommt erstmal rein. Genau. Stein und das brauche ich alles noch. Das Birkenholz kann aber weg. Aber das kommt da unten. Gut. Schwarzeichenholz kann auf weg. Das brauche ich im Moment auch nicht. So. Birkenholz. Darin. Der eine Sonne kann weg. Nimmt doch alles Platz weg. So. Das darin. Das darin. Das darin. Und der drin. Schwarzeichenholz hat. Gut. Den. Der eine Sand. Der kommt hier auch mit drin. So. So. Sehr schön. So. Hatte ich gerade rausgenommen. Hier sind noch Platten. Schön. Das sollte jetzt aber auch reichen. Da war auch noch welche. Da war auch noch welche. Hier. Aber. Die hortte ich schon. Ne. Ich glaube das reicht jetzt aber auch. Du musst gucken ob noch irgendwo was drin ist. Hier nicht mehr. Da war sie noch Platten. Da ebenfalls. Viel zu viele. Gut. Den habe ich ja alles. Wunderbar. Wunderbar. Seit wann klauen Andys eigentlich Baumstämme? Ich habe nur so fragen. Da fliehte ja was im Baum. Ach. Komm Leute. Kommt her. Gib mir eure EP. Ja. Willst du denn Junge? Abflug. Du auch. Tschüss. Aua. Du kleiner Bastard schon wieder. Aua. Mensch Leute. Ich hänge hier fest. Verlass ich dies. Mensch Leute. Lass mich doch mal bewegen. Du kleiner Smith. Das ist für mich so. Wow. Jetzt räuchte ich das hier. Jetzt lass mich erstmal was essen. Wollt doch nur die EP. Mensch. Alles gut hier. So. Aio mai o moi. Aber es hat gut geklappt. Also. Noch was? Ja zumindest ein Spinne. Oh die ist weiß ich allerdings nicht. Hier unten Fischer. Das Spinne. So. Die Schaufel ist doch schon wieder im grünen Bereich. Du. Das hat geklappt. Da ist auch schon wieder so einer. Abflug. So. Aber hier. Bei meinen Zombies. Oder rennt hier immer noch was rum? Bei meinen Dorfbewohnern. Die schlafen. Der schläft. Oh gut. Der ist noch da. Und hier. Der ist auch noch da. Bei dem wissen wir es. War so ein kleiner Bastard drin. Wie auch immer er das geschafft hat. Jeder. Jut. Der Rest ist noch da. Hier rennt aber auch nichts weiter. Zombie mäßig ist rum. Also das scheint geklappt zu haben. Sehr schön. Wunderbar. Müsste aber auch gleich. Ah gut. Dauert noch ein bisschen. Aber Schaufel ist zumindest schon wieder einigermaßen heile. Würd ich so gehen. Stellen wir hier mal. Damit wir ein bisschen was sehen. Erst mal ein bisschen Licht auf. Ne? So. Kommt ja später eh noch ordentliche Beleuchtung hin. So. Und hier nochmal hin. Hier. Hier nochmal hin. So. Genau. So. Hier muss ich mich definitiv noch. Irgendwann die Stiggis raus hier. Und immer ein paar Platten. Wunderbar. Da muss ich mich jetzt echt gucken, wie ich das am besten mache. Wied mich glaube ich sehr beendet hier. Warte mal. Hier muss auf jeden Fall Dreier lang. Mensch Junge. Komm her. So. Give me down the EP. Sehr schön. Hier lang. So. Und das doch nicht mehr. Wenn ich hier mich jetzt so wieder weitermachen, wird es hier zu beengt. muss häuschen. Der muss wahrscheinlich nach da. Und hier muss dann wieder der da rein. Oder? Ja. Ah so geht's. So geht's. Ich will hier denn das gleiche. Den konnte ich dann eigentlich gleich danach da setzen. Ja. Ja. Da müsste der denn auch wieder rohen. Hier geht das? Oder ist das zu beengt? Ah gut. Ich setze ihn einfach rein. So hin. Sehr schön. Geht das aber, ne? Ja. Hier würde es denn so weitergehen. Zack, zack, zack. Geht. Schön. Dann würde hier natürlich erstmal wieder so Dreierreihe weitergehen. Und da wird es dann wieder ein bisschen beengt. Oh, da muss ich mal gucken. Okay, dann soll ich hier ja eh auslaufen. Zack, zack, zack. So. Wenn hier denn so die Klebe weitergehen würde. Könnte man denn aber wunderbar, weil es hier eh so auslaufen sollte. Ja. Sieht das so aus, als wenn es da so ranläuft. Auch wenn es hier komisch aussieht. Aber. Sehr komisch, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das so mache, dann sieht das so aus. Dann sieht es auch nicht aus. Er muss hier hin. Auch wenn es komisch aussieht. Hier oben passt das dann einigermaßen. Geht ja nachher da hinten weiter. Hier müsste man dann noch einen hinsetzen. Ah. Steht hier aber so eine blöde Klebe, Alter. Ich glaube, ich lasse, mach den hier ein noch zur Treppe. Treppe habe ich noch eins, der genutzt. Oder bitte? Ja. Ich dachte, ich hätte sie gerade weg ist. Natürlich blöd gewesen. Genau. Da kommt der hier nämlich auch weg. Habe ich hier zwar auch so eine Klebe. Dann lasse ich das hier quasi so schräg weiter. Ja, dann geht das. Der Baum kommt jetzt später hier noch weg. Und das hier in der grüne, so sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Den hätten wir unseren Stron, wo natürlich noch liegen und alles hinkommen. Hier hätte ich halt gerne so eine große Treppe hoch. Also näher da hinführen. Soll halt etwas breiter. Da muss ich mal gucken. Ungefähr hier mittig. Wo ist denn hier die Mitte? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreinzehn, viertzehn, fünftzehn, fünftzehn, sechzehn. Ja, das ist natürlich wieder sehr doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, die Mitte wäre hier zwischen. Kriege ich mal zwei Blöcke hin. Mache ich eine Vierertreppe, den Poster, ne? Jo, das müsste gehen. Das müsste gehen. So. Das heißt, die soll hier denn so hoch. Zock. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Das Poster. Die kommen hier natürlich wieder weg. Die waren nur zur Orientierung. So. Dann kommt hier ein Stück Plotter noch hin. Und hier der, der Treppe. Genau. Da wieder ein Stück Plotter. Und da wieder Treppe. Sehr schön. Dass die Bewohner quasi hier einen Zugang zum Strand haben. So, Platten habe ich auch noch mehr als genug einsticken. Hm? Wunderbar. Ist inzwischen auch schon wieder Tag. Sehr schön. Ein paar Plattenbräu noch. Zack, 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 zock. So. Ja, das wäre denn hier quasi der Strandzugang. Hier in den Säuten bin ich auch überlegen. Weiß gar nicht, ob man aus den Slaps machen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Müsste ich mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich nicht. Doch. Ach, Slaps gehen. Aber Treppen nicht, oder was? Was ist denn das, Alter? So. Hier vielleicht so. Damit es hier an der Seite ein bisschen besser aussieht. Also hoch. Ja, so als Eingang quasi. Vielleicht ein bisschen klubig. Sieht denn hier blöd aus? Ich hätte die Treppe vielleicht ein nach hinten setzen. Aber das wird dann das gleiche rauskommen. Hm. Warte mal. So ist es auch schon relativ klubig. Mal gucken. Und die Idee war dann ja hier denn auch. Zack, zack. Hier bisher ja auch wieder hoch. Was sieht denn hier so blöd aus? So. Also so geht das von der Treppenseite aus. Geht's. Aber von da. Geht aber eigentlich auch. Wird das hier nicht gefällt. Es gibt ja leider keine halben Erdblöcke. Fuck. Ah, gut. Das gefällt mir noch nicht so gern. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Für den ersten Mal mache ich das jetzt so. So. Da drauf. Wer würde denn hier so? Braucht ja noch mal ein paar Slips. Viele nicht. Aber ein paar brauche ich noch. So. Du, 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 du. Viel zu viele. Viel zu viele. Ja, gut. Der müsste denn so. Hier auch. War doch richtig. Ne, war nicht richtig. Der muss so. So. Zack, zack, zack. So ist richtig. Gut. Aber das gefällt mir hier ohne den Seiten halt nicht. Hier ist es halt sehr, sehr klubig. Aber mal gut gehen. Ich wollte ja, dass es hier so küste bleibt. Dass sie hier so runter kommen. Hier kommt ins Peter der Weg lang. Da muss man mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich hier irgendwo so mit anschließen. Aber das soll denn quasi der Hauptzugang werden zum Strand. Das Strand so an sich gefällt mir eigentlich schon mal sehr gut. Hier sind natürlich nur so ein paar Bäumchen, die weg müssen. Und das hier kann ja natürlich auch so nicht bleiben. Das muss man auch alles noch mal ein bisschen anpassen. Aber eins nach dem anderen, der Strand an sich, ist bis auf die Deko jetzt erstmal fertig. Die Deko kommt dann auch. Hier muss man auch noch so ein bisschen anpassen. Kann ja so nicht bleiben. Aber guckchen, wie ich das am besten mache. Weil hier geht es glaube ich auch wieder hoch. Ja, bloß die Bäume hier, die stehen natürlich im Weg. Aber, ups, aber allesamt. Das ist doch nicht mehr, aber. Ah, gut. Aber die hier, die hier unten stehen, müssen weg. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich den Wald hier überhaupt lassen soll oder nicht. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich hier baue. Wenn er bleibt, muss ich hier definitiv später neue Bäume pflanzen. Aber jetzt zu bauen, muss das halt erstmal weg. So lässt sich halt schlecht bauen. Ich kriege das Holz auch gar nicht mehr mit, ne? Was soll ich denn da einstecken? Hier, schmeiß doch mal den Zeugs da raus. Was ist eigentlich ein Holzlicht hier auch rum, ne? Noch irgendwas hier? Pfeile können weg. Oh, weil hier muss noch so ein bisschen Wurst an Ede aufgef... Einiges an Ede. So, aber keine Angst. Das will ich nicht alles jetzt machen. So viel Ede haben wir ja auch gar nicht dabei. Ein bisschen haben wir halt, aber nicht viel. So. Damit das hier alles ein bisschen nach was aussieht. Mensch, hau doch nicht immer so Löcher da rein, mein Freund. Bau doch mal ein Let. So. Das bieten noch. Ist hier auch der letzte Steck, den wir gerade dabei haben. Ding, die, dip, 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 sehr schön. Zack, zock, zack. Das war die letzte Erde, ne? Ja. Genau, irgendwas an Holz oder so rum. Ja, aber die Stiggis würde ich gerne mitnehmen. Waren keine Stiggis. Okay. Gut. Und dann geht das hier nachher halt so weiter. Das Ganze muss ja, glaube ich, auch noch ein bisschen höher. Mal gucken. Aber ja, das kriegen wir hin. Definitiv. Dann ist hier nämlich auch wieder Baufläche. Aber jetzt im Großen und Ganzen, wenn man sich das mal so anguckt, mit Treppe. Hier kommt dann noch der Gewicht hin. Da kommen dann die Liegen und Schirms hin. Ist doch ein ganz hübscher Strand, oder? Was sagt ihr? Das an den Säuten haben wir auch gut angepasst. Zumindest zum Teil schon. Fügt sich das doch hier gut in die Landschaft. Bin mal gespannt, wie es später auf der Karte aussieht. Was ich gerade sehe, dieser komische Sandpinderbilder. Der da. Der gefällt mir so nett. Ich glaube, den werde ich noch ein bisschen stutzen. Aber ansonsten... Hübsch, hübsch. Wir sind mir froh, heute aber auch am Ende. Morgen kommt dann hier die Deko hin. Und dann machen wir das nächste Gebäude. Da haben wir ja auch noch so einiges vor. Das Dorf ist ja auch noch lange nicht fertig. Alles klar. Den bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.